hallo meine lieben zuschauer es geht weiter und nein ich habe ja diesen komischen spaß hier mitgenommen okay 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 komm her man was habe ich jetzt gemacht machen ich will jetzt unbedingt weiter kommen ich habe keinen Bock mehr zu sterben komm her das hole ich mir jetzt schön 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 und du vogel du hast die super und ein herz auch noch so besser könnte es nicht mit sein tot in der spaß und du bist auch weg jetzt kommt das wahre problem diese ekligen teile hier okay den haben wir getötet super okay den dritten haben wir jetzt auch komm her oder ist er weg wo ist er ach so er kann herr wie was jetzt los was jetzt passiert wo ist er okay geschafft irgendwie habe ich das noch geschafft zu glück aber diese komische kanone durch spaß mal nur mal nur mal nur mal nur mal ein herz super und was ist da noch eins ja jetzt geht's wohl rein oder habe ich irgendwas vergessen ja ich habe was da vergessen dass das steht schon fest wo ist die fünfte münze wo muss ich hin oder die fünfte münze danach okay okay ich glaube ich scheiße auf die münze jetzt was verdammte scheiß normal okay noch mal noch mal noch mal das lasst mich nicht gefallen wartet es geht weiter okay wir gehen mal da raus holen uns mal nein du mann du unfähiger passt denn denn meins okay okay jetzt geht es wieder los weil die epischen kampf hier nein ja nimm es gut was passiert denn wenn ich steife jetzt weg werfe ich kämpfe nicht konzentriert hier das sieht man richtig ich kämpfe hier echt nicht konzentriert mann fick dich es geht weiter ich habe ein safe sit gemacht ist klar ich habe keinen bock das normal zu machen das würde jeder normale mensch machen der keinen bock mehr hat und du raus mit dir verdammte scheiße normal stirb und warte es geht weiter ich weiß nicht was das unten war ich glaube addons für mozilla firefox aber egal du passt die man jetzt muss ich die ganze scheiße noch mal machen oder wie stecke richtig aus wieso stirbst du einfach nicht mal ihr ekligen spostis ich hasse dieses level ich hasse so doll dieses level jetzt man wartet ok es geht weiter ich habe da so noch vier minuten oder so geschafft bam ja weiter wartet wir haben noch drei minuten deswegen versuche ich das jetzt in diesen drei minuten fertig zu bekommen was so wie soll ich übertreibt doch nicht gleich mit die kanonenkugeln ja jetzt nicht hier bei one piece oder so okay das war doch der dümmste fehler den ich je gemacht habe ein bisschen in einem schloss ja ich bin ein mensch los komm her ja selten continue ist klar die letzte welt die will ich jetzt schaffen dass nur diese eine welt nur diese eine welt dann ist mein projekt endlich fertig mann du verdammte pussy komm her schießt an die scheiß kanonenkugeln ja jetzt stirb die geht nicht okay ich sehe jetzt schon dass sie dieses level hassen werde du okay scheiß pumpen münze okay man das ist so nervenaufreibend ich würde langsam wütend okay ich habe es irgendwie her was ich muss wurde hoch okay was kommt denn jetzt okay wieso sind hier so viele scheiß teile von denen ja wo ist die dritte münze ihr wollt mich doch hier verarschen oder was wartet ok elf sekunden ja ich hasse dieses level weiter kann ich nichts sagen und wir sehen uns im nächsten part tschüss okay